Hallo Herr Dr. Winnemann, Sie sind ja hier Chef vom Heidelberger Zoo. Was unterscheidet Ihnen den Heidelberger Zoo von anderen Zoos, zum Beispiel vom Leipziger Zoo oder vom Tiergarten in Nürnberg? Wir haben andere Tiere. Wir haben Fossas, wir haben Rollo-Way-Meerkatzen, wir haben Kugelgürteltiere, die man in kaum einem anderen Zoo sieht und wir haben die einzige Elefanten-Jungen-Bullen-Gruppe in Deutschland. Und wenn ich schon in Heidelberg bin, warum sollte ich denn dann ins Zoo gehen? Weil im Zoo habe ich ja vermutlich auch vor der Haustür. Es macht beim Stadtrundgang eine schöne Abwechslung, mal in die grüne Oase Zoo zu gehen, nicht nur Pflaster zu treten, sondern auch mal in Ruhe die Tiere zu beobachten. Und wir beschäftigen unsere Tiere sehr intensiv, das merkt auch der Besucher und das macht einfach Spaß zuzusehen. Sie haben ja schon das Stichwort Tiere genannt, beziehungsweise ein paar Tiere aufgezählt. Jetzt muss ich Sie als Herrn der Tiere natürlich fragen, was ist denn Ihr Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist mein Hund Lucy. Das individuelle Lieblingstier als Tierart finde ich aber Elefanten schon ziemlich cool. Dann mach mich mal auf den Weg und such mal hier den einen oder anderen Elefanten. Den werde ich wahrscheinlich übersehen. Ganz bestimmt. Vielen Dank. Vielen Dank.